Leute, was geht? Hip-Hop ist in meinem Blut. Heute gibt's Beat Slayer. Das Spiel habe ich schon mal in einem ganz, ganz kleinen Format vorgestellt, weil es nur eine kurze Demo hat. Jetzt ist es quasi raus und ich konnte hier eine Vorab-Version spielen. Ich bin scheiße. Ich bin kacke. Goddamn, ich bin so bad im Rhythmus halten. Aber das Spiel hat mir sehr, sehr viel Spaß trotzdem bereitet. Ich hoffe, euch auch. Ich habe hier so ein paar Sachen getestet, den einen oder anderen Run schon gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das ist quasi ein Roguelike. Ihr müsst im Takt bleiben, um die Angriffe und Dodges ordentlich ausführen zu können. Wenn nicht, you die. Viel Spaß. Okay, die Ult ist geil. Aber wann kann ich die machen? So, deine Dritte verleihen dir Wut, wenn du mindestens einen Gegner damit triffst. Oh, das ist, glaube ich, das ist besser. Das ist ein Wutbild. Das war ein Range-Gegner. Really? Ja, da gehen wir ja nach oben und nehmen maximal das Leben mit, oder? Hier brauchen wir ja nicht. Ich verliere ja keine HP. Macht euch bereit zu sterben. Ja, da gehen wir ja nach oben und nehmen wir ja nach oben. Okay, das hat halbwegs funktioniert. Ich habe zwei Stufen. Guck mal, es geht immer weiter. Warum geht das weiter? Geht das weiter? Die hört einfach nur, mache ich irgendwas falsch? Sind das meine Ult-Stacks? So, das ist bestimmt ein maximales Leben. Das wäre gut zum Zerweilen. Heute ist ein guter Tag, um Robots zu jagen. Ja, das ist richtig. Das ist eine Bratwurst. Ah, was ein Takt, Mann! Ah! Ah! Nein, hier ist kein... Ha! Bitch! Uh! Das ging gut. Keiner. 15... 15... Verdoppelt? Ich habe das Leben verdoppelt. That's work. Und jetzt fackel ich mich ab. Okay, wir müssen die ganze Zeit im Takt bleiben. Ihr habt meinen Bruder entfügt. Macht euch bereit zu sterben. Go! Okay, da hinten ist jemand. Ah! Ich habe den Riss, was im Blut. Ha! Ah! Ja! Scheiße, Kanone! Ja! Oh Gott, ist das schrecklich! I can't do it. Leute, das muss jemand anders spielen. Es ist zu anstrengend. Aber ich mache das mit den Kicks gut. Meine Kicks sind delicious. So, Feuer. Brennender Boden. Nur 10% mehr Damage. Und andere Gegner triffst. Ruf die in der Aufbaustelle großflächiger Brand. Das machen wir. So, gib mir mehr Blut. Gib mir mehr Blut. So, ich muss nach oben. Also eigentlich ist es nicht schwer, aber... Ich bin halt so taktlos. Ich bin halt so taktlos. Was ist das? Was ist das schwer? Eine Revolution anzetteln? Ich bin die Revolution. Ah! Das ist wieder so ein Zugding. Go! Alter, meine Füße brennen. Das ist gut. Oh, oh, oh. Ah, ah, oh, ah, oh, ah. E, ah, oh, ah, oh, ah. Fuck, 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 fuck. Wie der aus dem Takt. Huh! Wow, was macht der? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, Perma-Stunt. Perma-Stunt, das kann ich. Der hat keine Chance. Das war unglaublich sehr wichtig, Leute. So laufe ich übrigens auch normal durch Berlin, by the way. So, wir probieren jetzt das dabei. Das weiß ich noch nicht, was das ist. Und danach essen wir was. Ich glaube, den hier könnte ich dann gebrauchen. Fick Dietrich! Endlich sagt es einer! Huh! 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 Nein! Nein! Ah! Oh! Ah! 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 Huh! 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 Ich treff den Takt so oft nicht! Ah! Dieser scheiß Zug! Ah! Uh! 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 Kick! Uh! Nee! Keine Stacks! Stacks! Kick! Die können da hinten verbrennen! Ein und her! Versuch's nicht! Was macht das Schwert? Deine Angriffe 10% mehr schaden! Chance auf Crit! Was? Zu wenig! Deine Zusatzeffekte! Das machen wir! Das machen wir! Zusatzeffekt ist gut! Leute, wir machen das jetzt First Try! Das ist das, der Ton kommt! Leg dich nicht mit mir an! Go! Wir laden schon mal! Oh! Warum die Guten? Boom! Langsam komme ich in den Rhythmus! Oh! Das war gut, Bitch! Schaps! Alter! Die Kanone geht mir auf den Sack! Ah! Will ich Schaden bekommen? Wslung! Oh! Da war die Schranke! Oh! Ah! Nee! Oh! Oh! Ha! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Ich glaube, ich locationsiere. Oh! Oh! Die 울 schmeckt aber! Kick. Kick, Boy Change. Huh. Ja, jetzt hab ich's. Fick, Dietrich. Oh, shit. Oh, no. Eine Kanone, die mich nicht sieht. Ich bekomme einfach nicht genug. Oh, ich verbrauche ja 1000 Kalorien. Pro Sekunde, Leute. Kinhaken? Haben wir bisher noch nicht gemacht. So, Endboss-Time. Da war die Demo übrigens vorbei, aber ohne das alles. Wir hatten gar keine Auswahl. Das ist aber ein kleiner Bereich. Wer ist das? Fuck. Das ist B-Drill. Huh. Hat der gerade... Was hat sie gesagt? Wortwahl. Oh. Deutsch. Oh, fuck. Oh, fuck. Und gemisst. Shit. Shit. Nein. Kick. 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 Wegen dem Feuer. Oh. Ah. Kick. 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 Ich kann es. Oh. Ah. Alter. Stop it. Oh. Ah. 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 Hast keine Chance gegen mich. Ah. 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 Nein. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Hey. Oh. Ah. 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 Scheiße, Mann, ich hasse es! Ich kann das nicht! Oh, falsche Richtung. Uh, ah, uh, oh, ah, oh, mh, mh, mh. Nee, nee. Ich kann doch laufen eigentlich, ne? Aber, der Oso kennt. Verlebt. Daneben. Wie im Takt bleib er. Try! Ah, nee, nee, nicht den Markkopf. Da, 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 da. Ein Hit noch. War das alles? Tschüss, 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 tschüss. Oh, bin ich schlecht. Aber, Maulwurf, Endboss ist auch schlecht. Puh. Das war ein Zwischenboss. Das war nur ein Miniboss. Habe ich jetzt wieder voller HP? Ne, hab ich nicht keine HP. Was ist denn das? Drive. Was ist Drive? Oh, das ist ein Ranged-Gegner. Bruder! Ich will ein bisschen das F***-Gefühl. Was ist das? Was ist das für ein Faden gewesen? Alter, wie ich die betäube. Ein guter Robot ist ein guter Robot. Brennende verlangsamen. Das ist gut. Ja, wir slowen die jetzt. Was war das für ein violetter, gepunkteter Schicht? Da unten ist maximales Leben. Maximales Leben heilt uns doch bestimmt voll. Ihr müsst euch eine Frage stellen. Das ist doch das bessere Healing. Free Berlin, Junge. Ha! Get fucked! Ist es? Du hast nur einen? Was ist das für ein Automat? Er macht mir damage, dieser Automat. Da produziert die! So wie ich. Schlechte Screams. Produziere. Oh! Ich lebe noch! Crit, crit, crit. Ja, wenn dann die Angriffen, ne? Ich meine, crit muss man ja die ganze Zeit auf crit gehen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. So. Was macht das hier nochmal? Das hat man, glaube ich, vorhin auch schon gehabt. Oh! Das ist ja wirklich Berlin. Fehlt nur noch, dass ich auf dem Fahrrad bin. Die Blechböchsen im Sekundentakt. Oh! Ich hasse dich so doll, du Arsch! Oh! 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 Minen! Kann ich nicht betäuben? Wie denn? Warum? Nö! Ich komme wieder. Das Nö, finde ich, passt sehr gut. Ich fühle dieses Nö auch.